Hohohohohoho. Oh ja, genau. Ey, wir brauchen so einen Trank hier. Warte mal. Was wir wirklich brauchen ist Hagrid so. Warte mal, hier oben ist so ein Trank. Äh, das willst du, du willst jetzt, nein, hä, das ist doch... Soll ich wirklich ganz zurücklaufen, und dann wieder da hin und... Nö. Das ist aber nicht zu faul. Richtig. Oh, da ist ein Zehntausender. Wow. Würde ja, was noch fliegen können oder so. Öhhh, ich kann fliegen. Echt? Ich kann echt fliegen, warte mal. Kann er das Eulending fliegen? Nö. Das ist ne Eule, die nicht fliegen kann. Das ist ein Behinderter. Da komm ich ober den Bäumen, da ist ja auch überall sowas. Da kommen wir nicht hin. Die machen uns das richtig schmackhaft und wir kommen da nicht hin. Ne, wir sind uns so quä. Hier sind das diese hessischen Goblins. Nein. Ne, komm, wir gehen. Oder? Hm? Den Typen danach. Kann man den nicht aus dem Fenster schmeißen? Nö. Das enttäuscht mich. Ja, mich auch. So ein Mord am Morgen. Mord ist ihr Hobby. Terry Fletcher! Oh scheiße. So. Du bist zu lieb, um ihn umzubringen. Du wirst nicht geistig daher, schnell, schnell, er flieht. Ich will ja miene sein. Er flieht! Oh, du hast ganz lange Haare. So ein Stück. Ah. Ich guck mich hier jetzt nicht. So. Nein. Unfällig. Das sind Timer nicht an. Was für ein Ding? Keine Zeit ist hier zum Zustand. Wir müssen dann noch alle Bereiche abgrasen und jedes Rätsel lösen. Das. Das da. Was? Das. Was laberst du? Das Ding. Ah, du möchtest Zeit stoppen. Sag das doch. Oh, guck mal, ich baue ihn zusammen. Oh, ich hab ihn echt zusammengebaut. Scheiße. Toll, du bist ein guter Mensch. Wo ist der Geist lang geflogen? Hier, hoch. Okay. Wir müssen den geisterhaften Dublonen nach. Ob das so gewollt ist? Das ist wie in Skyrim. Wenn du die Aufträge kriegst und du immer erst mal auf die andere Seite der Welt laufen musst. Ja. Das ist extra Zeit, Chinsons. Das selbe Prinzip hier. Das Spiel dauert normalerweise nur 20 Minuten, aber die ziehen das auf 6 Stunden, indem man einfach nur hin und her läuft. Oh. Lade Screen. Oh nein. Bin zu faul den raus zu cutten. Reisten völlig aus. Oh mein Gott. Harry ist schon so geistesgestört, er spricht mit Feuer. Sieht da auch noch Menschen. Und Gandalf. Der eine Liste hat. Gandalfs Liste. Oh nein. Der steht da besser drauf. Aha. Ich verstehe. Also ich verstehe wirklich überhaupt gar nichts. Und ich hab den Film schon gesehen. Ist zwar lange her. Boah, ich hab ne Mütze. Ich will Hermine sein. Ich bin Hermine. Du bist scheiße. Guck, ich hab nen Stork. Stopp, stopp. Ich hab Mütze. Die anderen, die haben halt gar nichts. Guck mal, Ron hat ja nur seine hässliche Jacke. Und Harry Potter ist sowieso hässlich. Ne, ich will nicht Harry Potter sein. Was hast du denn da gemacht? Ich hab nen Fußball gebaut. Das ist ein Ei gelegt, sehe ich so. Oh, guck mal. Du hast doch so ne komische Katze. Kann die das da rauskratzen? Ah, ich hab ne Muschi. Ähm. Du hast doch zwei Zauberstäbe. Kann das sein? Ja, Kibu. Kann die das wirklich? Oder was macht die da? Ja, die hat den da ausgegraben. Oh ne Leiche. Boah, Leichenständiger Hund. Boah, Leichenständiger Hund. Wee. Guck mal, jetzt hab ich ihm sein. Na toll, du hast deinen Akibu-Stab weggelegt. Na und? Kann sogar keine Doppelteam-Action mehr machen. Jetzt haben wir aber den Ali hier. Was war das für das? Was zum Teufel? Ich bin tot. Hä, wo bist du denn gewesen? Ich bin eingefreundet und ertrunken. Hihihi. Fett hier. Oh, Plattform. Ach so. Oh, Glück gehabt. Sonst wär ich ja wieder hundertprozentig gefailt, ey. Da kann man sogar einfach rüberlaufen. Oh Gott. So mag ich das. Bloß keine Anstrengung. Geil, das findet sich alles zusammen. Natürlich. Wir sind in der magischen Welt von Hermine. Hermine. So. Woah, guck mal nen Kopf. Da. Na guck mal. Da kann man noch Geld draus schütteln und das in den Fluss schmeißen. Ist auch nicht so gut. Woah, geil, geil. Wir können die richtig ausnehmen. Wie so ne kleine Pute. Ich hab irgendwas mit dem Schweinekopf gemacht. Ja. Da müssen die beide so... Okay. Das ist n Gag. Das ist n Schweinewitz. Oder? Woah. Woah, das ist ein richtiger Eumel. Hopp. Oh. Man wird hier schon fast zu sehr zu gespammt irgendwie. Ich hab ne Schaufel. Krass. Ja, ihr müsst mich jetzt leider anbeten. Polosteine scheiße, da kommen wir nicht lang. Oh, den, den ist kalt. Ali. Oh, ich hab ihn nur umgebracht. Hast du noch einen gefunden? Nee, aber ich hab hier... Ich hab irgendwas anderes gefunden. Boah, guck mal hier. Ich hab ne heiße Kanne. Was mir nichts bringt. Ja. Was kann die da? Guck mal, das kann ich da geben. Dann freut die sich. Ja. Da geht die richtig drauf ab. Nein. Irgendwer will bestimmt auch die Schaufel haben und für mich arbeiten. Hab ich gehört gestern. Der Wertige da mit den Koteletten. Was hast du da gemacht? Hä? Was ist los? Oh Gott, das ist wie in so'n Michael Bayfilm. Bester. Überall das Explosion. Woah, guck mir das an, die ich sie überrascht hab. Ey, können wir reingehen? Der will ne Schaufel, der will ne Schaufel. Hier, nimm die Schaufel. Da freut sich. Ja, da können wir nicht rein. Echt? Da ist auf jeden Fall so'n Fallgezweck. Wir müssen bestimmt die Glaterne schütteln. Das erscheint mir logisch. Wir müssen den Regenschirm schütteln. Oh, wir brauchen ne Blume. Ne Blume für die Frau. Das müssen das von Action was auch mal sein. Ähm... Oh, beiner muss ich kotzen. Oh, wie schön. Ich hab hier irgendwas. Eine Vasa hab ich. Ich hab äh... Was hab ich denn? Ich hab ein Arm. Wer will ein Arm haben? Arm zu verkaufen? Irgendwer? Was zum Teufel mach ich denn da? Oh, ich kann den Arm in den Topf schmeifen. Hallo, in den Topf. Danke. Den Topf. Das sind immer dieselben Dinger, die man da finden muss für... Achso, ist ja endlich auch logisch, ne? Wir brauchen noch äh... Ich kann das hier zerstören. Weil die ist so fett und kann das zerstören. Weck da, ich muss hier grade... Kannst du mal Harry Potter da wegnehmen? Ich versuche hier grade zu fegen. Wirklich. Ey guck mal, ich bau einen Toten Soldaten. Ja, kämpfe mich. Ne, hier tanzt du mal. Okay, ich muss ja das rausnehmen. Da, guck mal. Da muss ich das dazugeben. Ich bin allerbeste. Ich hab ne Bombe gebaut. Nicht, dass gleich Jack Bauer kommt und mich holt. Doch. Mein Gott. So, jetzt geht's los. Ja, du machst es schon alleine. Ich finde das ist Frauenarbeit. Hermine zieht ja auch immer LKWs, ne? Ja. Klar. Kann das. Aber was ist jetzt mit der alten da? Ja komm, da fällt doch ne Blume raus, das war doch logisch. Hier, willst du mich heiraten? Anscheinend nicht. Das tut mir leid. Du hast gekriegt ein paar gefeuert. Was hat das jetzt gebracht, dass wir die zu Freunden haben? Ja, das ist unsere Armee. So. Aber wer... Der Skandal! Guck mal! Ooooooh! Gott sei Dank, wir verprügeln die Leute. Los, grab das da aus mit deinem komischen Tier. Oh, ich hätte dir eine Sekunde die Chance gegeben, Hermine zu sein. Verdammt. Hätte ich sie bloß genutzt. Boah, ich bin fette Muschi. Ich werde mal meinen doofen mäßigen Schrottvogel, der nichts kann, nehmen. Und den in dieses Rohr reinstopfen. Beschwören. Ich komm hinterher. Sturb, 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 ins Nasenloch. Hehehe. 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 Er hat sich aufgelöst. Oh, ich bin wieder gegen das Mikro gekommen. Stopp. Ah, hier ist ja noch was. Vielleicht mal da oben ist noch irgendwo. Wow. Oh, guck mal wie hart die gräbt ey. Grab, Grab, alter. So. Ich werde mal meinen Zauberstab rausholen. Ich bin schon wieder Iran. Was? Hä? Was ist denn das? Was ist denn das Unziehbare hier? Dieser Lappen, der da hängt. Für Lappen? Na der da oben, über der Birne da. Wie sind wir wieder maßlos überfordert. Oh, okay. Bücher. Ja, Platten. Oder Bücher. Die muss man dagegen klatschen. Wow. Wofür war jetzt dieses Ding da an der Seite? Das war sinnlos. Und da ging ein 2000er. Oh. Geil. Ey, guck mal hier. Harry Potters Lampe. Die Stürmen. Einen weißen anderen. Du, kriegst ein paar von mir. Gefeuert. Auf meine Schwester, du Vögel. Die willen Arm. Was sie immer auch dauernd haben, machen will also. Ich bin hier bei den Feinschmeckern gelandet. Swallowed. Ja, das ist doch ein Skelettarm. Guck mal, die da, die will einen Typen haben. Ja. Mal weiß ich doch. Halt die mal ein bisschen zurück. So. Was willst mit der Muschi? Keine Ahnung. Ich hab die einfach so geschworen. Beschworen. Beschworen. Ich würde mal lieber einen Feuerartronarchen hier. Oh, guck mal was ich Schönes gemacht hab. Nö. Hallo, ich will das nicht sehen. Das ist scheiße. Das ist cool. Nein. Guck. Der geht ja jetzt rein. Der will selbst ein Wort begehen anscheinend. Warum kommt da jetzt Geld raus? Da kommt natürlich jetzt, äh, was kommt da raus? Ein Spiegel oder ein Regenschirm oder irgendwas? Hier. Auf jeden Fall will er das haben. Und der freut sich nen Keks drüber. Ja. Wo kriegen wir jetzt den Kerl da her? Ich will mal da hier her. Geil. Guck mal. Guck mal, ist das nicht süß? Das ist ein Porno. Scheiße. Achso, das ist ja Hermine. Ich sag, entschuldigung. Guck mal, ich hab den da rausgeholt. Hier, Alter. Jetzt hab ich schon wieder diese scheiß Katze beschworen. Hehehe. Das macht echt gar nix. Hier. Och. Du machst auch nicht gar nix hier. Ich war grad nicht Hermine verziehen. Und schon. Drei Sekunden. Ich werd dir jetzt hier nen Arm her. Den Arm. Bestimmt aus der Ecke hier. Ja, hatten wir den noch gar nix. Was macht man mit dem? Bestimmt hier vorne kriegt man das her. Ja. Oh, da ist auch noch was. Kannst du dir das merken oder bist du da zu dumm zu? Anscheinend bist du zu dumm. Was? Was? Das ist erst hab ich nicht gesehen. So. Geil. Hä? Das musst du dem Schwein geben. Und das frisst da für mich nen Kerl auf? Ganz genau. Was ist denn das Schwein? Ist tot. Und jetzt? Oh mein Gott. Ein Licht. Wollen wir denn nicht sterben? Äh. Dann müssen wir ihn vertreiben. Äh. Du Wexer. Ich glaub da brauchen wir Harry den Idioten für. Los Harry. Was kann Harry den Idioten für? Mach gay action. Guck mal hier der kann den hier. Kaboosh. Woah. Harry Potter ist der übelste. Ich glaub Harry Potter ist Beer Grills. Oh guck mal. Ja. Was immer uns das jetzt alles gebracht hat. Jetzt haben wir die Armee da zusammen. Die haben wir bestochen alle. Hallo. Hallo. Hehehe. Hier besauft euch. Oh yeah. Das sind Pornos. Ja. Harry Potter im Termine. Indoor. Ja. Und die da auch. Hast du gesehen? One Night in der Mine. Hahaha. Ganz genau. Heiße Badewannen sehen mit der Rushi und mit Ron mit seinem Vogel. Ah. Der Vogel in der Badewanne? Genug davon. Hahaha. Genug. Geschichte fortsetzt. Geil. Guck mal. Der Hintergrund ist gar nicht dunkler geworden. So wie du was dachtest. Hä? Wie? Ach. Egal. Achso. Ja ja. Wir sind ja auch in der Story noch gar nicht fortgeschritten. Die Milch hat dich einfach ausgelockt. Wie gesagt. Ich hab dir best'n Porno gedreht. Hahaha. Katze mit Bällen. Alle gegen Hermine. Alle gegen Hermine. Ganz genau. Guck mal. Er hat was gefunden. Was? Der 100 Jahre Kampf. Spürt die. Was machst du da schon wieder? Haha. Ich hab den gemobbt. Hä? Aber ein Schüler in Not. Schüler in Gefahr. Guck mal wie er sich feiert. Weil pack mal den毒 zuerwärts. Haha. Ich bin Nenäwide! Was hast du denn so vor? Drecke Schlampie. Congrat für an Lund h還有 Leλw 1 spies Kamm 22 Damnit. Dann müssen hart werden. Wir müssen Pat beenden und weiterhin beenden. Und tschüss. Und tschüss.